. Kompanie! Vorwärts! Marsch! Und links! Links! Linkskompanie! Halt! Ruhn! Liebe Infanterie RS 205 2013, liebe Schweizer Armeespiel, liebe Schlaginstrumentalistenspieler, liebe Streicher, Blöser, Trötene und alle anderen Pfeifene! Weshalb sind wir hier? In wenigen Minuten wird am Flughafen von Zürich ganz ein wichtiger russischer General landen. Er ist parallel dazu auch ein wichtiger Rohöl-Lieferant von der Schweiz und heisst Alexei Pump Ölov. Gerade für uns schweizlich gehörner, kommt Kompanie! Hä? Tja, tja, tja! Tja, tja! Tja, tja! Tja, tja! Tja, tja, tja! Tja, tja! Tja, tja, tja! Tja, tja, tja! Tja, tja, tja! Tja, tja, tja! ja, tja, tja, tja! Tja, tja! Ja, herzlich willkommen in Zürich! Welcome in Zürich! Mr. Pump Ölov, tja, tja, tja! jo, tja! Mr. Pump Ölov, would you come nach vorne? Ich habe ja kurz... Ja, Mr. Pompelov, wo du kenne nach vorne, ich habe ja kurz... Mr. Pompelov, Mr. Pompelov, du, Hure Schafsäckle, du! Liebe Schweizer Armee, liebe russische Delegation, ich habe eine kurze Berührungsrede vorbereitet, die von meinem Gefeiter übersetzt wird. Emenekko, der Herr! Anmelden bitte! Tschau, ich bin aus! Ja, komm, komm! Jetzt einfach meinen Text auf Englisch übersetzen, bitte! Nein, Französisch haben Sie gesagt, ich soll übersetzen? Liebe Angehörigen der Schweizer Armee, liebe Russen! Bitte! Dear Swiss Army! Dear... Rasschauers! Für uns Schweizer sticht vor allem das ungewöhnliche, exotische, das sogar etwas ausgefallene, exquisite äussere Erscheinungsbild der russischen Delegation ins Auge! Bitte! Your outfit is sticking in our eyes! Da habe ich noch einen kleinen Scherz eingebaut, ich bin aber ein kleiner Scherz-Kick! His a little fun cookie! His a little fun cookie! Als erstes werden Sie das Bundeshaus besuchen! Bitte! Als erstes... ... 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 Zirkus. Vielleicht noch 2-3 Worte, um uns Schweizer vorzustellen. Vielleicht 2-3 Worts. Du... Kennenlern es. Wir sind ordentlich. We are... Ordinary. Wir sind pünktlich. Und manchmal auch ein wenig Tüpfli-Scheisser. We shit on the point. Weiter spielen wir gerne Karten. Weiter... We like playing cards. Wie z.B. Jassen. For example... Chessing. Uno. One. Eile mit Weile. Harry was lazy. Schwarzer Peter. Black Peter. Oder aber auch Ciao, Sepp. Goodbye, Joseph. Das ist gut. Danke, Emen Ecker. Thank you, Emen Corner. Abtrete jetzt. Kick off now. Nein, ab die Post. Go to the Post Office. Go Fritz Stutz, du. God, peace money. Ja komm, es ist jetzt gut. Liebe Gäste. Liebe Gäste, es war ein ausdrücklicher Wunsch von General Pompolow, als Begrüssung nicht die russische Nationalhymne zu hören, sondern sein Lieblingsstück, das ist der vierte Satz, Treppack vom Tchaikowskisim Nussknacker. Kompanie. Achtung! 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 Schöne Rucker, Ali! Blüheiz. Komm! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020